Willkommen zurück zu Command & Conquer mit Schnacher. Hallo. Moin moin. Hi. Hier sind immer noch Japaner ja. Jo. So und wir spielen Santa Monica. Zorn der Fleck. Santa Maria. So. Dann mute ich dich mal, no? Jo. Tschüss. Ich halte. Tschüss. Oh, große Schwert. Mit genügend Zeit kann jeder Mensch lernen, seinen Körper zu beherrschen. Mit genug Wissen kann jeder Mensch Weisheit erlangen. Der wahre Krieger ist in der Lage, beides zu meistern. Wir haben jeden Widerstand beseitigt und haben Kontrolle über die pazifischen Randgebiete. Jetzt müssen wir zuschlagen. Los Angeles ist das Zentrum der alliierten Propagandamaschinerie. Wenn wir ihre Produktionsstätten erobern, erlangen wir die Kontrolle über ihre Herzen und über ihren Geist. Dann haben sie keine andere Wahl, als sich unserem Willen zu beugen. Die Schlacht in Los Angeles nimmt ihren Anfang, Commander. Der Tenno will die Kontrolle über die amerikanischen Medienzentren, um seine Botschaft in aller Welt verbreiten zu können. Wir wollen Westwood und Beverly Hills und marschieren den ganzen Weg nach Hollywood. Ah, wenn Sie einen bekannten Filmstar sehen, tun Sie mir einen Gefallen, bevor Sie ihn töten. Holen Sie ein Autogramm für mich. Ihr Ziel ist Santa Monica. Die Stadt ist eine Medienhochburg der Alliierten. Wir müssen die Medienzentren erobern und ihren Widerstand brechen. Ihre Befehle sind klar. Stoßen Sie nach Santa Monica vor. Erobern Sie die Medienzentren von Santa Monica. Ausgangspunkt des Angriffs ist die Black Tordos. Das ist alles. Tun Sie Ihre Pflicht, wird der Tenno sehr zufrieden sein. Was? Hast du dir erschrocken? Oh Gott, so eine komische Stimme im Kopf. Aber du warst echt durchgehend am Dauerleuchten, ne? Mit deiner Lampe da auf der Hand. Keine Ahnung, habe ich ja nicht auf meinem Kopf vor allem. So, dann legen wir mal los, ne? Ich bin bereit. Aber stimmt das, dass wir nur eine Landezone sichern sollen? Jeder hat eine. Das sind doch die Barsen wahrscheinlich. Nee, 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 nee. Der Moment des Triumphes ist nahe Commander. Der Tenno hat es gesehen. Los Angeles muss fallen, weil seine Medienzentren fast die ganze Welt beeinflussen. Von der schwimmenden Inselfestung aus bombardieren sie den Strand, bis die Küste gesäubert ist. Neues Einsatzziel erhalten. Na dann, mach mal deine komischen Panzer kaputt. Mach ich doch. Ja, mach doch. Versteht die Frage nicht. Halt ja viel Frage. Hast du deine auch schon kaputt? Ja, ja, die automatisch geballert. Sie haben ja vielleicht Nerven, amerikanischen Boden zu betreten. Ihnen ist wohl nicht klar, welchen Schwierigkeiten sie jetzt sind. Alter, dieses Echo. Watrrrrrr. Commander, gehen Sie sofort an Land und nehmen Sie die Stadt ein. Mein Plan wurde im Gang gesetzt. Ich dulde kein Versagen. Bau abgeschlossen. abgeschlossen neues einsatz ziel erhalten wird gebaut ach da hinten kommen sie nicht hin die zerschießen jetzt hier die ganzen der erobern sollen wir die wird gebaut vollding machen setzt schön die ganze kaputt du kannst keine leute weil wir kinderleute haben weil es auch kein hat da sind die normalen häuser kannst du kinder würde teilweise reinschicken acht jahre warten dann bist du schon 50 wer ist 50 acht jahren das hat jetzt die dauerste wusste hat da vorne sind aber häuser zum reingehen so und gleich ist meine kohle wieder alle und hoffen machen denn die panzer knackt öl raffinerien haben wir auf der tausend was ist das denn ach da sind welche drin keine sorge wegen der apfelsysteme commander eben gerade hat er ihnen ein geschenk gemacht die energie wellen artillerie sie gibt ihnen die möglichkeit angriffe zu führen aus großer distanz du musst auch mal zu dass ich damit probleme schießen die denn automatisch hier auch wenn da welche kommen oder weil sie geschützt ist zu der ersten vorbasis da reicht das ja bei mir nicht großrechner kern da kannst du den anderen special tun oder die anderen beiden das gefällt mir jetzt schießt mein mg da auf so ein blöde taus oder was oder waren da jetzt gegner drin großrechner kern bereit bau abgeschlossen wird gebaut wird gebaut großrechner kern da mein turm turm bist du behindert ich hab dich was gefragt was musst du was der muss pullern das ist eine frischheit wenn die die häuser kaputt schießen da ist überall geld runde ach so ich hab kein gesünder mir diese die schießen da stehen noch ein paar häuser oder ja und ach so wenn es kam und kommt ihr da aber das jetzt klingt die männer mg schießt die ganze zeit drauf unzureichende mittel neben dem in war jetzt auch kein geld so jetzt habe ich doch hier schon mal so ein wird gebaut turm feindliche einheiten entdeckt unzureichende mittel hast du letztes geschwader ja kannst du das unten auf dem flughaufen klatschen den sollten wir doch einnehmen aber doch nicht das flugfeld stören darunter das flugfeld ach das da das können wir machen hast du schon draufgekleidert ja hat der ja richtig viel gebracht ja ja wird gebaut und zu reichen der mittel das war jetzt keine ahnung das war jetzt keine ahnung vielleicht einfach nur so einfach nur so ich habe noch mal jetzt ist geschworder ziel wählen feindliche einheiten entdeckt ist doch schon wieder dings los hier wenn du noch deins hast dann ist das flugfeld im eimer wenn was wenn du dein letztes geschwader dann fertig hast ist das flugfeld im eimer so so mal gucken was haben wir denn hier verdrucken wird gebaut das ist eine freche elf ich halte da noch einen haben die da flugzeugträger die haben da einen flugzeugträger den mein besetztes Haus gerade kaputt machen. Zum Glück. Oh, den erschießt ja voll mit so einem krassen Laser da drin. Hm, ich bist der Panzerknacker, oder? Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja, ja. Oh, ich werde unten angegriffen. Warum kann ich den jetzt nicht auswählen? Feindliche Einheiten entdeckt. Oh, ich brauche Strom. Zu wenig Energie. Wird gebaut. Oh, den greifen sie jetzt wieder mich hier die ganze Zeit an, oder was? Ich finde es gut. Generator Kern bereit. Generator Kern. Kernstationierung bereit. So, was macht der feindliche Flug in einen glühenden... So, davon bauten wir jetzt erstmal sechs. Du hast doch bestimmt deinen Kamikaze-Angriff schon wieder fertig. Den habe ich bestimmt schon wieder fertig. Feindliche Einheiten entdeckt. Ziel wählen. Ich nehme den oberen schon mal. Du bist der Commander. Commanderkrieger. Ja, hier diese See-Ding müssen wir auch mal kaputt machen, da kommen wir mal Flugzeugträger. Wieso schießt denn der Turm nicht auf die Boulderin? Das finde ich kacke. Schmeißen wir das Metall. Los, los! Der Tsunami erwacht! Welcher Turm? Äh, mein... Energiewellenturm. Angefahr zwingen. Ja, wenn du mal guckst vor dir, die haben so einen weißen Radius. Ja, der ist... Der geht bis maximal vor unsere Basis. Ich rede doch von meinen Mobilen-Türmen. Was ist mit denen? Der schießt nicht auf das Haus, obwohl es besetzt ist. Jetzt muss ich manuell machen. Manuel. Manuel. Ich habe keine Energy. Ausbildung. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich diene dem Kaiser. Der hat einfach mal mir eine Kanone mitgeschossen. Ich warte auf meine Befehle. Tsunami erwacht. Kein Feind ist zu groß. Wieso habe ich denn unzureichende Mittel? Kein Feind ist zu groß. Wir warten doch. Tsunami erwacht. Noch mal drei, eins, zwei, drei. So. Ich diene dem Kaiser. Feindliche Einheiten entdeckt. Kein Feind ist zu groß. So, was ist denn das da? Bauhof. Ich diene dem Kaiser. Ich klage jeden Panzer. So. Da wird ja auch mal Zeit, dass der Generator-Kerner rauskommt. Wird gebaut. Er rückt zum Stationierungsort vor. Wieso hast du nicht die Öl-Plattform noch nicht einigen, um die du hast? Weil da mit Sicherheit... Dann Gegner kommen. Feindliche Einheiten entdeckt. Taktik. Mhm. Oder hast du ihn einfach noch nicht gesehen? Letztes Geschwader-Bereich. Ich will, wenn denn, dass der auch gesichert wird. Hast du letztes Geschwader wieder fertig oder noch nicht? Natürlich. Soll ich unten da auf das Fluchfeld dran? Ich habe das obere Fluchfeld, ja genau. Unser Verbündeter wird angegriffen. Oh, ich werde angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich brauche was, was von weiter wegschießt. Das war das denn? Nee, fast kaputt. Das bestimmt die Kanone entdeckt. hier unten das ist die artillerie von den händler wieso hast du ganz strom weg ich habe nichts zur verteidigung klar den hubschrauber die langen marschieren das mal 55 minuten zurückspulen macht doch mal die zweite modus von dem hubschrauber dingern was der zweite modus von den hubschrauber dingern aber dann greift jedoch nur bodenziele an das sind der jünger einfach kaputt ich habe jetzt wieder zurück jetzt muss es dann noch so ein eddie so ding 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 so unser verbündeter wird angegriffen eine einheit wird angegriffen wird gebaut alter ist ja hier bis hin wir kloppen ja was verstehe die frage der kacke jetzt kommt ihr so von da die schweinehunde Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Wie jetzt? Alle das Gehen mit uns. Unverreichende Mittel. Alter, haben die viel kaputt gemacht. Ja, bis du mal so reagierst, der in das ist auf jeden Fall. Ja, den habe ich nicht so gerafft damit, dass ich die umswitchen kann. Aber warum war denn der in der Giedeich? Warte, die haben gleich einen Generator. Ja, weil der drei, vier von meinem Generator hat den gerade kaputt gemacht. Ah, du könntest theoretisch, nee, kannst du nicht. So, das ist geschwader und zack. Ich wollte mich gerade vorbereiten auf Angriff hier, weißt du? So, das andere Flugfeld ist auch weg. Den gehen wir jetzt hier mal auf den Seehafen. Ach so, ja. Der Panzerflatte-Upgrade autorisiert. Oh. Der Panzerflatte ist fast kaputt. So. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Brauche ich nochmal zwei Leitungen. Bau abgeschlossen. Drei-Kal-Rapid-Befehle. Wir brechen Sie mit Gewalt. Kann ich den Terminen bauen? Ja. Turm-Kerr. Feindliche Einheiten entdeckt. Wir brechen Sie mit Gewalt. Unzureichende Mittel. Wollten mich eigentlich gerade vorbereiten, äh, die Basis da über mir kaputt zu machen, bis auf den Bauhof, aber... Gibt sie den Übernehmer, oder? Wir brechen Sie mit Gewalt. Wir brechen Sie mit Gewalt. War so eine Idee, ja. Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Äh, Pause? Äh, okay. Spitz, bedanke mich. Wollte ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.